Hallo, grüß euch, hier ist Inga. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken. Ihr habt das Video von diesem Rakel-Bild, ihr habt es so oft geliked und ihr habt es so oft angeguckt, dass ich darüber überaus glücklich bin und mich bei euch einfach mal bedanken wollte. Und es haben einige gefragt, wann machst du wieder was in Rakel-Technik? Ja, das heutige Video geht tatsächlich über ein Bild in Rakel-Technik und zwar über dieses hier. Das hat die Grundfarbe Ultramarine. Es ist quadratisch und dann habe ich auch wieder mit dem Spachtel viele verschiedene Farbschichten aufgetragen. Ja, ich wünsche euch viel Vergnügen beim Gucken dieses Videos. Gebt mir gerne ein Like, abonniert meinen Kanal und ansonsten sehen wir uns gleich bei dem Video. Schön, dass du dabei bist. Ich habe mir eine Leinwand ausgesucht, die 50 x 50 cm groß ist und die Rahmendicke ist 3,6 cm. Es ist eine sogenannte 3D-Leinwand. Ich habe ja vor, heute mit der Rakel-Technik zu arbeiten und da finde ich es immer ganz gut, wenn im Hintergrund leuchtende Farben vorhanden sind. Und deshalb habe ich mich heute für das Ultramarin entschieden. Das ist ein intensives Blau. Da es sich aber um eine transluzente Farbe handelt, trage ich zwei Schichten auf, damit sie auch wirklich deckend auf der Leinwand sitzt. Die Lebendigkeit der Rakelbilder wird auch durch eine Vielzahl von Kontrasten produziert. Und nachdem ich jetzt zunächst das Ultramarin aufgetragen habe, habe ich mich für das Reflex Orange entschieden. Das ist also eine Neon-Variante von Orange und wie ihr seht, harmoniert das ganz wunderbar zusammen mit dem blauen Farbton. Am Anfang ist es so, dass ich ein bisschen mehr von der zweiten Farbschicht auftrage, um schon mal die ersten Strukturen der Rakel-Technik zu bekommen. Das sind diese leichten punktuellen Strukturen, die ihr jetzt erkennen könnt. Die orangefarbene Schicht wird zunächst mal mit dem Föhn getrocknet, weil ich gleich grün benutzen werde und ich möchte nicht, dass die beiden Farben sich direkt zu einem braun vermischen. Das mit dem Föhn hat schon mal wunderbar funktioniert, denn das Brillantgrün bleibt so schön grün wie es ist und auch das Orange bleibt nahezu unangetastet. Das Brillantgrün ist eine sogenannte halbdeckende Farbe und das kann man auch hier ganz gut erkennen. Am Anfang, wenn die Schicht noch relativ dick ist, ist es auch sehr deckend und zum Schluss hin, wenn dann sozusagen weniger Farbe vorhanden ist, dann scheinen die anderen Farben auch schön wieder durch. Vor der nächsten Farbschicht kommt auch hier wieder mein Föhn zum Einsatz. Als nächste Farbschicht habe ich mich für das Permanentrot-Purpur entschieden. Das ist eine halbtransparente Farbe, was man auch ganz gut erkennen kann, denn ich starte ungefähr immer mit dem gleichen Streifen, den ich auf das Rakelwerkzeug auftrage, aber man kann hier schon sehen, dass die Farbe viel früher sozusagen verschwindet und sich mit den anderen vermischt. Jetzt ist es Zeit, mit Titanweiß eine sehr helle Farbe ins Spiel zu bringen. Sie ist deckend und anders als bei den anderen Farben vorher, versuche ich jetzt an verschiedenen Stellen diese aufzubringen und erreiche damit auch wieder ein schönes Zwischenspiel bei der Rakeltechnik. Es gibt Momente, da könnte man direkt aufhören, mit dem Rakelwerkzeug weiterzumachen, aber das ist eben gerade das Spannende. Hinterher sieht man, da hätte ich vielleicht doch stoppen können und man macht weiter und ist sich nie ganz sicher, welches Bild am Ende dort tatsächlich stehen wird. Es gibt Momente in diesem Video, da sieht es so aus, als würde das Video in Zeitlupe laufen, aber das ist die normale Geschwindigkeit, in der ich dieses Bild auch tatsächlich gerakelt habe und wenn das Rakelwerkzeug scheinbar auf der Stelle stehen bleibt, dann liegt es daran, dass sich die Farbschichten, nämlich die auf dem Rakelwerkzeug und die, die bereits auf der Leinwand sind, in dem Augenblick einfach nicht aneinander vorbeischieben lassen. Da brauche ich dann etwas Geduld und Fingerspitzengefühl, damit ich das Werkzeug wieder weiter bewegen kann. Die Farbschicht, die ich jetzt aufgetragen habe, besteht aus Reflexgelb und nachdem ich jetzt die Leinwand gedreht habe, nehme ich keine neue Farbe mehr auf das Rakelwerkzeug auf, sondern ich ziehe es einfach mit dem verbleibenden Rest so über die Leinwand und so entstehen die ganz typischen Streifen auf einem Rakelbild. Als nächste Farbschicht habe ich das Kaputt Mortuum Violett gewählt. Das ist etwas dunkler als meine Lieblingsfarbe, das ist das Permanent Rot Violett und ich wollte es gerne ausprobieren, weil ich finde, dass es zu dem Gelb sehr harmonisch wirkt. Also es geht in der Rakeltechnik nicht nur darum, möglichst kontrastreich zu arbeiten, man kann auch mit Farben spielen, die sehr harmonisch miteinander wirken. Und wenn ich mir das jetzt im Video so angucke, dann finde ich die Farben wirklich ganz hervorragend zusammen. Schön finde ich, dass nach wie vor Stellen vorhanden sind, an denen das Ultramarin, welches ja dieses Mal meine Grundierungsfarbe war, sowie das Reflex Orange noch durch die ganzen Farbschichten schimmern. Nachdem ich die transluzente Farbe Kaputt Mortuum Violett aufgetragen habe, möchte ich jetzt eine deckende Farbschicht auftragen und dazu habe ich das Königsblau gewählt. Wenn man sich die Blautöne einmal genauer anguckt, dann ist es auch so, dass die eher transluzent sind und nicht deckend. Und das Königsblau, dem kann man quasi ansehen, dass es im Grunde genommen mit Weiß gemischt worden ist und dadurch kommt dann diese deckende Farbe zustande. Die Farben, die jetzt sich sichtbar auf der Leinwand befinden, sind im weitesten Sinne Varianten von Gelb, Rot und Blau. Ich finde, gerade jetzt, wo das Blau aufgetragen wird, entsteht ein wunderbar harmonisches Farbspiel und die typischen Flecken und Strukturen der Rakeltechnik treten ganz besonders hervor. Während des Malprozesses ist es mir gar nicht aufgefallen, wie oft ich die Leinwand drehe und wende. Das liegt aber daran, dass ich sozusagen auf möglichst unterschiedlichen Flächen und Rändern mit dem Rakelwerkzeug ansetzen möchte, denn so verteilen sich die Farbschichten und Farbendicken viel besser, als wenn ich immer auf einer Seite beginnen würde. Dann würde nicht so ein lebendiges und schönes Bild entstehen, wie wir es jetzt gerade hier sehen, wo die drei Grundfarben selbst noch die Farbe Grün und Violett und Orange zum Leuchten bringen, obwohl weder Grün, Violett und Orange aufgetragen sind, sondern es sind ja die Primärfarben Gelb, Rot und Blau, welche sich dann letzten Endes zu diesen Farben vermischen. Mit der jetzt folgenden Farbschicht trage ich wieder das Ultramarin auf, welches ich ja schon für die Grundierung der Leinwand verwendet habe, aber ich werde das Ultramarin jetzt nur in Ansätzen auftragen, also immer nur stückchenweise und erzeuge damit eine gewisse Tiefe auf dem Bild. Blau gehört mit zu meinen Lieblingsfarben und ich denke, dass ich aus diesem Grund die Farbe Ultramarin auf diesem Bild auch sehr häufig verwende, weil ich feststelle, dass ich mit meinem Farbauftrag noch nicht fertig bin und noch mehr von diesem wunderbaren Blau, welches für mich eine Ruhe und auch eine Harmonie ausstrahlt, verwenden möchte. Im Gegensatz zu den anderen Farbschichten habe ich mein Rakelwerkzeug diesmal nicht so sehr mit der blauen Farbe gefüllt, sondern bin ganz vorsichtig über die Leinwand gegangen und habe dadurch die anderen Schichten noch durchscheinen lassen. Aber wenn man gleich sieht, wir gucken jetzt gerade von oben auf das Bild, hat sich das Gesicht des Bildes wieder komplett geändert. Vorhin hatten wir noch warme Töne und nun haben wir erstmal eine blaue Struktur. Aber das bleibt nicht lange so, denn wie ihr sehen könnt, trage ich gerade ein Rot auf und zwar ist das das Naftol Rot Mittel. Es ist mehr ein helles Rot und es ist halbdeckend. Und auch dieses trage ich als Kontrastfarbe zu den vorherigen zwei Blautönen auf und da ich die Schichten vorher nicht großartig geföhnt habe, könnt ihr sehen, wie auch hier wieder die typischen Streifen beim Rakeln entstehen. Es vermischt sich vor allen Dingen das Ultramarin mit dem Naftol Rot Mittel. Was mir an dem Naftol Rot Mittel so besonders gut gefällt, ist diese wunderbare Leuchtkraft. Solange wie der Farbton, der hier halbdeckend ist, sozusagen dominiert, strahlt auch dieses Rot durch und anschließend werden auch die darunterliegenden Farbschichten wieder sichtbar. Sobald sich das Ultramarin mit dem Naftol Rot vermischt, wird das Ganze ein relativ dunkles Lila, Violett, was auch einen leichten Braunton mit sich bringt. An dieser Stelle bleibe ich mit meinem Rakelwerkzeug auf der Leinwand beinahe kleben und so fasse ich mit der linken Hand unter die Leinwand, um dann anschließend etwas mehr Kraft zu haben und das Rakelwerkzeug weiterführen zu können. Mit dem Himmelblau Hell setze ich jetzt einen kühleren Farbton ein, der durch seinen hohen Weißanteil auch sehr deckend ist. Dadurch, dass sich jetzt durch die verschiedenen Farbschichten schon einige Strukturen gegeben haben, bleibt die Farbe an den Erhebungen teilweise hängen und teilweise kann ich damit wieder die Streifen ziehen. Das Perlrot bzw. alle Perlfarben von Amsterdam haben für mich eine besonders cremige Konsistenz und ich finde, das fühlt man auch, wenn man mit dem Rakelwerkzeug diese Farben über die Leinwand zieht. Also das unterscheidet sich erheblich von den anderen Farben. Zumal, wenn diese Farben dann aufgetrocknet sind, sie noch Perlfarben schimmern, so als würde man Perlenohrringe tragen und diesen leichten Schimmer darauf wahrnehmen. Hier wird zum Schluss hin ein leichter Rotton entstehen, auch wenn anfangs, ich sage mal, die Basisfarbe Weiß aussieht. Nach der doch sanften Perlfarbe kommt jetzt nochmal ein schönes Gelbgrün zum Einsatz, welches herrlich leuchtet und einen ganz anderen Farbkontrast nochmal hervorruft. Das Gelbgrün wird von mir zunächst akzentuiert eingesetzt und tatsächlich auch nicht komplett vollflächig auf das Rakelwerkzeug aufgetragen, sondern ich lasse zwischendurch immer wieder ein paar Lücken. Um das Gelbgrün etwas abzumildern, greife ich zur Farbe Perlgelb und setze diese dann in Streifen auf meine Leinwand. Anschließend drehe ich die Leinwand und ziehe nochmal mit dem Rakelwerkzeug durch die frische Farbe. Durch das Azogelb Zitron, was ich jetzt auftrage, erhält das Bild fast schon einen leicht herbstlichen Charakter. Das ist durch das Naftolrot mit dem Ultramarin und dem Azogelb Zitron entstanden oder für mich erweckt es zumindest den Eindruck. Und das Ganze beeinflusst tatsächlich meine Wahl der nächsten beiden Farben, wie wir gleich sehen werden. Hier wende ich das Azogelb Zitron nochmal auf kleineren Stücken an, um noch ein paar Akzente setzen zu können. Jetzt bekommt das Ultramarin seinen dritten Auftritt. Im Gegensatz zum ersten Auftritt, wo ich es ja vollflächig auf die Leinwand aufgetragen habe, habe ich es jetzt auf das Rakelwerkzeug nur in ganz kleinen Streifen aufgetragen und dadurch, dass ich das Azogelb Zitron nicht geföhnt habe, entsteht jetzt dieser wunderbare grüne Ton, der so langsam beim Mischen entsteht. Als Abschluss wähle ich die Farbe Zinuba. Das ist ein warmes Orange in diesem Fall. Am Anfang habe ich ja das Reflex Orange benutzt, welches etwas mehr leuchtet und eher in die neonfarbene Richtung geht. Aber ich hatte ja vorhin die Idee dieses Herbstbildes und deshalb habe ich lieber zu dem etwas zurückhaltenderen Zinuba gegriffen. Während ich mein Bild zu Ende rakel und auch gleich ein paar Details zeige, wie es im nassen Zustand aussieht und wie es dann im getrockneten Zustand aussieht, möchte ich mich bei dir herzlich bedanken, dass du das Video angesehen hast. Ich hoffe, du gibst mir ein Like für dieses Video. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich habe mein Bild, dass du das Video angesehen hast. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020